Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Nellinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom. Und ja, ich stehe hier in der Dusche und ich brauche eure Hilfe, deswegen dieses Video. In diesem Jahr wird der Embraer Brand Manager of the Year 2017 gesucht und ich gehöre zu den 14 Finalisten und mit eurer Hilfe komme ich noch weiter nach vorne. Es gibt ein Online-Voting und ein paar Informationen zu dieser gesamten Geschichte, zu diesem Award, findet ihr im Link hier zu dem Video. Und dieses außergewöhnliche Video mache ich natürlich auch, weil ich entsprechendes Duschgehen habe, was mich pinden wird. Und wie gesagt, mit eurer Unterstützung wird das was. Ich danke euch jetzt schon und ich dusche mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.